Verehrte Damen, geschätzte Herren, liebe alle, willkommen zurück bei der smarten Sommerbrise, dem Format der Salzburger Hochschulwochen in diesem Jahr. Ich hoffe, Sie haben gestern ein wenig in unsere Podcasts und Videos reingeschaut und ein paar schöne Bilder und interessante Gedanken mitgenommen, ein wenig Salzburger Flair gewissermaßen. Nun, damit auch der heutige Tag etwas Struktur hat, erlaube ich mir wieder einen kleinen Überblick. Was steht denn an? Ich würde sagen, dreierlei. Erstens können Sie noch bis 12 Uhr beim Publikumspreis mitstimmen. Wenn alles glatt geht, wollen wir dann bis 13 Uhr das Ergebnis bekannt geben. Hören Sie also noch rein in die Beiträge von Judith Bodendörfer, Julian Tappen und Maximilian Schultes und geben Sie Ihre Stimme ab. Zweitens setzen wir die kleinen Videoreihen fort, die gestern begonnen haben. Frater Jakob und Bruder Wolfgang nehmen uns heute an einen ziemlich exklusiven Ort mit, wenn man so will, und am Ende gibt es noch einen gesungenen Psalm und das sollten Sie sehen und hören. Es gibt auch heute wieder einen historischen Spaziergang mit ein wenig Universitätsgeschichte und weil es heute weiter rausgeht, nutzen wir den Fuhrpark der Fakultät und Sie werden sehen. Schließlich gibt es noch zwei Impulse von mir zum Millennials Triangle, Theorie und Popkultur. Es würde mich freuen, wenn Sie reinschauen. Und drittens? Nun, drittens haben wir heute eine Reihe von Podcasts für Sie. So gibt es heute ein Interview mit dem Soziologen Heinz Bude, unter anderem darüber, ob das 21. Jahrhundert bislang das Jahrhundert der großen Krisen ist und was das für unsere Gesellschaften bedeutet. Spannend ist auch das Gespräch mit dem neuen Rektor der Universität Salzburg, der über Change Management im Feld der Universitäten spricht und wie er, Hendrik Lenert, von Lübeck nach Salzburg kam. Salzburg-Bezug hat auch das Interview mit Martin Reutting, Professor für Religious Studies. Mit ihm spreche ich unter anderem darüber, warum Spiritualität so anziehend und Religion so langweilig geworden ist. Wir blenden kurz ein Symbolbild für Spiritualität ein. Passt, das nehmen wir. Mit Rainer Gottschalk vom ZTK spreche ich über den Synodalen Weg und was es heißt, in der Kirche einen Change Management Prozess zu organisieren. Und um Change Management geht es auch im Interview mit Judith Kleiber, die in Linz unter anderem darüber forscht, was gutes Leadership ausmacht und welche Rolle Werte dabei spielen. Die junge Journalistin Alexandra Hogan interviewt schließlich die Sozialpsychologin Eva Jonas aus Salzburg. Sie interessiert, wie Denken und soziale Interaktionen miteinander verknüpft sind. Hochspannend. Wie immer sind die Gespräche zweiteilig. Zuerst gibt es einen großen Kaffee und dann gibt es noch einen kleinen feinen Ristretto zum Thema Corona. Jetzt werden Sie sagen, das ist ja mächtig viel, aber ich sage Ihnen, das ist noch nicht mal alles. Denn natürlich gibt es auch wieder, mir persönlich sehr wichtig, einen spirituellen Impuls und zwar mit Mandy Olsen, die weiter mit uns über die Psalmen nachdenkt. Ich hoffe, dass der Tag auf diese Weise etwas Struktur hat und dass wir so gemeinsam unterwegs bleiben. In diesem Sinne, danke fürs Dabeisein und bis hoffentlich morgen.